Würden Sie uns mal beschreiben können, wie so das Lebensgefühl der Swing Boys damals war? Was war tonangebend und worum ging es eigentlich? Well, es ging um mehrere Sachen. Erstmal war es eine milde Rebellierung gegen Autorität. Wir sogenannten Swing Boys wussten, dass unser Aussehen, unsere Tätigkeit, dass die Behörden den Nazis sehr missfielen. So wie alle Jugendlichen, wir wollten einen Protest machen, aber nicht so stark, dass man uns dann einsperrte. Oder noch schlimmer. So hauptsächlich, wir zogen uns, also kurzes Haar war die Vorschrift für militärische Leute im Militär. So, wir trugen unser Haar lang. Wenn man so vergleicht mit dem typischen Hitlerjungen, dem idealen Hitlerjungen, wie wollten Sie sich verhalten und kleiden und zeigen in diesem Gegensatz? Ja. Erstmal im Haar, langes Haar, das wurde ein laufendes Schlacht zwischen den Hitlerjugendstreifen, die durch die Stadt gingen und Haarkontrolle machten. Sie gingen in diese Lokale, wo die Swing Boys sich amüsierten und gingen von Tisch zu Tisch und sahen sich die Länge der Haare an. Und wenn sie zu ihnen zu lang waren, dann wurden die nach draußen befohlen, wo sie dann zum Zwangshaarschnitt transportiert wurden. Das andere war die Kleidung. Wir trugen lange Jackette, möglichst zwei Reihen, zwei und hatten so eine Dandelike, ein Dandelike, ein äußeres. Wir waren die sogenannten Indoor-Types, außer im Gegensatz zu den Hitlerjungen, welche sportlich und die Outdoor-Type darstellten. Und an und für sich waren unsere Aktivitäten sehr harmlos. Wir waren alle daran interessiert, englische Musik oder amerikanische Musik, Jazz, zu hören. Und das war natürlich verboten bei den Nazis. Und so wurde entweder die Kapelle, die spielte, wurde dann mal, wenn sie dachten, dass die Luft rein war, dass sie dann mal ein englisches oder ein Jazz-Stück zwischen den deutschen Stücken spielte. Und was die Folge haben konnte, dass sie verhaftet wurden und zum Militär transportiert wurden. Und also das waren so diese beiden Sachen, Musik, Jazz, Mädchen. Ich war vollkommen da von abgeschnitten. Ja, ich durfte, mir wurde es schon lange klargemacht, dass ich keine Verhältnisse mit deutschen Mädchen haben durfte. Und dass ich, wenn ich das dagegen verstoßen würde, könnte ich entweder sterilisiert werden oder, was noch schlimmer wäre, Abtransport zum Konzentrationslager. Im Allgemeinen war das, wir hatten keine Führer, wir hatten keine politische Agenda. Das Einzige war, nach der Arbeit geschniegelt und gebügelt zu sein. Obgleich wir am Tag vielleicht in einer Schmiede arbeiten oder in einem Schlosserladen. Sobald wir in ein Haus kamen, wurde geschrubbt und ein weißes Hemd und Krawatte und vielleicht auch noch ein Hamburg-Hut. Und dann in diese Lokale, wo die eine kleine Kapelle hatten, Bier, Alkohol gab es ja schon gar nicht mehr. So konnte man nur ein Wasserbier trinken, aber das machte uns nichts, wir waren eben unter uns. Und es machte uns Spaß, so ein bisschen den älteren Leuten auf die Nerven zu gehen. Hat das auch eine Rolle gespielt, der Reiz des Verbotenen oder vielleicht sogar das Risiko, die Gefahr, die sie eingegangen sind? Weil es war in eine immense Gefahr. Oh, ohne weiteres, ja. Es war wie alle Jugendlichen. Jetzt, wir haben die Punks, Punkers, jede Generation scheint Gruppen zu haben. Wir haben junge Leute, die besonders provozieren möchten. Und weil da so viel Zwang unter den Nazis war, wollten die viele deutsche Jungs, sträubten sich und wollten zeigen, dass sie sich dagegen sträubten. Und dann geht's das, was wir sehen. Vielen Dank.